Hi! Und auch heute eine Liebesbotschaft an dich. Konzentriere dich an einen ganz besonderen Menschen. Ja, die Botschaft ist für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Also das heißt, diese Liebe, egal wie alt du bist, egal was passiert, diese Liebe wird immer für euch bleiben. Immer die Erinnerungen werden auch bleiben. Auch die Gefühle an diesen Menschen werden immer bleiben. Und auch von ihm werden die Gefühle für dich bleiben. Das kannst du dir gewiss sein. Und du wirst sehen, lass dieses tolle Gefühl in dein Herz hineinfließen und lass immer wieder diese Beständigkeit da. Hab einen wundervollen Tag. Bis ganz, ganz bald.